Bordesholm, Montag, 24.01.2022 Ein Lichterspaziergang hat sich am Lindenplatz getroffen und hier Bordesholm am Montag, den 24.01.2022 wird hier gemeinsam spazieren gegangen Die Polizei ist mit zwei Fahrzeugen dabei und begleitet das Ganze und weil es ja ein Spaziergang ist, wird auf dem Fußweg gegangen Bordesholm, Montag, 24.01.2022 Um 18 Uhr wurde sich am Lindenplatz getroffen, um hier gemeinsam spazieren zu gehen Die Menschen haben sich mit Lichterketten geschmückt Und wer mag, trägt Maske Ja